Es wird halt immer auf Qualität geachtet, immer die besten DJs, interessantes Line-Up, Vielfältigkeit, verschiedenen Sound, verschiedene Stile und Leute sind euphorisch, gut drauf. Leute zum Beispiel, als ich meinen Track Latin Lovers gespielt habe und die Hände gehen in die Höhe, dann hast du einfach eine Gänsehaut. Also wenn du 5.000, 6.000 Leute siehst und die jubeln alle bei deinem Track, dann ist es so ein unglaubliches Gefühl. Also das kann man gar nicht beschreiben und das ist einfach schön. Ich sehe das halt immer als Ganzes. Also die Leute machen die Party und es ist halt immer so ein Austausch. Wenn die Leute gut drauf sind, dann wirst du angespornt durch die positive Energie und versuchst halt immer noch am besten zu geben. Und das ist halt so eine Wechselwirkung. Sie spornen mich an, dann lege ich noch eins drauf und gemeinsam versuchen wir halt irgendwie so eine Art Höhepunkt zu erreichen. Also es ist einfach wunderschön. Rhythmus ist Leben.